Ich wurde in den Krieg hineingeboren, dafür herangezüchtet. Alle denken, sie wüssten, was Schmerz ist. Aber sie haben keine Vorstellung davon. Was ist der größte Schmerz, den du je gespürt hast? Vielleicht der, durch den du mir Maschine als Mensch bist. Halt! Nein! Stopp! Was? Zum verfickten Teufel! Dale, wieso sind die Visual Effects nicht fertig? Das ist ein Metallarm! Wir wollen ja hier kein scheiß Schnurrbart entfernen! Ach, fuck. Ich mach's selber. Ich bin Cable und ich komm aus der Zukunft. Ich jage jeden Scheiß hoch. Hände hoch, du Schurke! Oh nein, Sheriff Deadpool! Weißt du, du bist ja viel größer, wenn man... Ich heil die Fresse, du kleines Arschloch! Nimm das! Ah! Regenerationskräfte aktivieren! Sowas sagt man doch nicht! Schnauze, Cable! Ich hab die Eier, um dir zu helfen. Nicht beißen? Schon fertig? Oh, wow! Das ging unrealistisch schnell. Okay? Okay? Hau rein! Okay! 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 Hau rein! Deine Zeit ist abgelaufen, du Wichser! Tja! Was Besseres fällt dir nicht ein? Da ist abgelaufen, du weißt! Untertitelung des ZDF, 2020